Happy Birthday, nachträglich Quellenwasser. Happy Birthday, Shandan Kumar. Happy Birthday, Muhammad Soudun. Happy Birthday, Erka Jalfanji. Happy Birthday, Ahmet Ali. Happy Birthday, Sujid Raja. Happy Birthday, Anil Zahu. Happy Birthday, Rajaku. Happy Birthday, Sumit Junhan. Happy Birthday, M.D. Manik. Happy Birthday, M.D. Murk Islam. Happy Birthday, Supash Kurma. Happy Birthday, Kishan Parma. Happy Birthday, J2Bines. Happy Birthday, Parata Kurma. Happy Birthday, Rana. Happy Birthday, Surish, Dory. Happy Birthday, M.Altar, 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 M.Altar. Abu Bakar, M.Altar, Md Abu Bakar. Happy Birthday, Ass-Ass. Happy Birthday, Almen. M.D. Almen. Happy Birthday Stash Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Mohamed Kosti Mohamed Kosti Happy Birthday Mihel Machel Happy Birthday Ushi Danas Karubar Chikwanacki Happy Birthday Eska Jafur Khan Happy Birthday Anad Mandal Puff Ich spiele wieder Refire Irgendwas Bis gleich Ok Ich habe mal wieder Kreativ Modus gestartet und dabei Abortons Auf Wie kommt nur noch das bei Kreativ Modus Keine Ahnung warum Aber egal Dann werden wir erstmal kurz eine Runde zockeln Und danach wahrscheinlich noch eine Runde Wahrscheinlich nur das eine wieder kommt Alles frei Alles frei Was je ist Basen in der Phase Ah, ich muss Hälften aufsetzen. Das ist auch noch nicht mal angeschlossen. Ich habe jetzt 1,9. 1,9. Ach, da kann ich meine Dingensholen. Ich habe jetzt 1,9. Okay, ich höre es. Upsa. Wofür weiß ich nicht, aber nimm mal mit. Wofür weiß ich nicht. 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 Oh, 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 oh. Okay. Oh, oh. Hätte ja am Anfang noch Sankt Schuss gehabt, hätte ich dir nicht gehen können. Das würde ich schnell in Deckung gehen. Aber dann hat er mich schon gehabt. Aber dann hat er mich schon gehabt. Ich gehe jetzt hin. Wenn ich so sterben sollte, bin ich tot. Wer hat mich umgebracht? Also erstes schon mal nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. La 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 la. Okay. Was ist das? Oh, ich bin ein schlechter Schuze. 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 Ich habe noch keine Punkte. Warte mal, wenn ich die hier nehme. Und ich nehme diese. Ist das vielleicht besser? Ich bin ein schlechter Schuze. Ich bin ein schlechter Schuze. Ich bin ein schlechter Schuze. Ja, geht schon. Schön. Ich bin ein schlechter Schuze. Ich bin ein schlechter Schuze mit einem schlechter Schuze. Ich habe mehr Fotos bekommen. Das geht nicht. Das geht nicht. Hä? Ist das jetzt weg oder nicht? Ja, ich fass langsam. Na gut, ich sag mal, das war's für heute. Mit einem Hack auf jeden Fall. 100%ig entscheidet. Ist das ein Hack gewesen oder nicht? Ich sage ja. Also, Dislike. Gut, dann sag ich mal, danke schön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber noch nicht mehr dabei seid. Bis heute, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Adios Antikas. Bis heute, wünsche ich euch.